tja hallo und recht herzlich willkommen mein lieben ich hab jetzt mal was ganz neues ausprobiert und zwar habe ich gedacht wir machen so ein kleines aufnahme let's play hier von anno 1404 die etwas neuere version davon ich würde mal sagen wir fangen einfach mal mit einem szenario an um zu gucken wie das game überhaupt so ist ich habe damals 18608 gespielt da war die quali natürlich noch nicht so ganz so gut aber es war ganz interessant mit diesem insel aufbau und dem ganzen gehandel und so weiter und so fort jetzt bin ich natürlich gespannt ob das hier auch so ist und wir laden und wir laden das laden dauert heute echt extrem lange ja die emperor hat promised you this island show him that his generosity was no mere folly und so ein rechte die in der märkte zahlen wollte er über die europäische ex da haben wir fangen mal an mit dem marktplatz hier Scheint also ganz genau so zu sein. Hm, kann sogar gut ranzoomen hier. Also baut man jetzt Straßen. So. Ähm. Den bauen wir mal gleich so daneben. Und dann brauchen wir aber auch natürlich Holzsammler. Und wir brauchen Nahrung für unsere Leute. So, jetzt wo wir das haben. Können wir ja mal so ein bisschen rum experimentieren. Hm, genau. Machen wir das erst mal so. Oh, das war falsch. Das wollten wir haben. So, natürlich müssen wir auch auf Steine und all sowas achten hier. Dass man hier sowas kriegt. Ich denke mal, das wird der Steinenanbau sein hier. Hm, da auch. Aber was wollen die? Äh. Das haben die alle? Du denkst, du sollst bekanoniert werden. Oder zumindest bekanoniert werden. Hehe. Aber wahrscheinlich, wie auch beim normalen, kannst du von diesen Männchen irgendwie nicht genug haben. So, haben wir das auch schon mal. Sieht doch schon mal ein bisschen besser aus hier. Natürlich, da wird der eine nicht reichen. Deswegen. Hier stelle ich die immer noch einzeln. Das ist ein Holzhütchen. Das ist ein Holzhütchen. Das hätten wir. Andere Sachen können wir noch nicht bauen. Ah, da ist auch einer. Ah, ich bin so glücklich, dass du hier bist. Ah, guck mal, jetzt können wir auch schon mehr bauen. Es scheint sich was für uns gemacht zu haben. Und da, die haben sich weiterentwickelt. Das ist doch schon mal cool. Ich denke mal, von denen werden wir bestimmt auch mehr brauchen. Und dann machen wir das einmal so. Und machen gleich die zweite Plantage nebendran. Und dann haben wir das auch. Achso, die können wir noch gar nicht bauen. Hm. Aber ich sehe, hier gibt es keine Jäger oder sowas. Das ist wie beim ersten. Mehr Balance. Ah ja. Dann decken wir einfach mal die Karte ein Stück weiter auf. Dann machen wir einen da hin. Und bei dem anderen genauso. Machen wir das so. Dann bauen wir uns mal. So, eine Straße da hin. So, jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter gekommen. So, jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter gekommen. Guck mal, jetzt setzen wir da einen hin und direkt daneben noch einen. So. Das Räumchen lassen wir da stehen. Jetzt sind wir immer noch bei minus 7, das reicht noch nicht. Aber Holz ist natürlich Mangelware, das heißt, wir müssen auch noch für Holz sorgen. Da brauchen wir Platz für die Minen nachher. Wie weit geht der, das heißt, da können wir noch Häuser hinmachen. Oder? Ja, da setzen wir einfach mal. Noch mal Häuser hin. So. Ah, jetzt können wir Lütschfontänen. Lütschfontänen. Guck mal, jetzt mal eine dahin. Eine dahin. Damit das gleich ein bisschen schicker aussieht. Für die Kirche brauchen wir Holz. Holz natürlich wieder Mangelware. So. Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Was ist mit dem? Kann ich abgoogelt werden, oder? Achso, ist fertig. So. Der ist auch fertig. Der kommt an, der kommt aber auch an. Oh, das heißt, wir sind auch schon im Plus wieder. So. So baut man sich sein kleines Dörfchen auf. Oder seine Insel. Gucken, was wir hier noch so haben. Da ist noch. Da auch. Da ist ganz viel. Und so viel Platz. Da werden wir ausreichend bauen können. Das mit dem Holz ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. Ah ja. Wieder eingestellt. Ich denke mal. Ich werde hier einfach nochmal. Da einen dazu bauen. Aber hier hätten wir auch noch so viel Platz. Das heißt, ich mach das einfach so. Ich pflanze hier nochmal so ein paar Bäume hin. Und natürlich einen Verbindungsweg. Allerdings. Ja. Kann man das auch so machen. So. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Holzarbeiter. Das ging schnell. Jetzt können wir auch endlich mal unsere Kirche hier bauen. Ja. Der kommt da nicht an. Ach das ist ein Holzbauer. Okay. Da kommt er überall an. Oder? Ja. Der kommt da natürlich nicht an. Wie ich eigentlich gehofft habe. Ja. Fabulous. Bei welchem kam der jetzt nicht an? Da muss man jetzt mal wieder gucken. Der da. Der äußere Kern. Ach kein Material. Da ist ja egal. Da haben wir wieder kein Holz. Mhm. Ah. Sie meinen an, was man hier bauen kann. So. Die sollten wir aber. Auch irgendwo anders inbauen. Ja. Es ist Zeit für uns vorbereiten. Aber du bist nicht seassig, will du? Oder ich baue hier hinten aus. Ah. Das ist die Frage. Machen wir jetzt alles hier hin? Oder doch nach hier hinten. Mh. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Aber ich würde sagen. Bis dahin kommt der. Machen einfach. Bisschen geraden Weg hier hindurch. Also ich könnte ja erstmal gucken. Der kommt genau bis dahin. Der kommt genau bis dahin. Das heißt, ich muss den nächsten Marktplatz so setzen. Dass der aber auch noch an den Rest rankommt. Und wenn ich denn da hinsetze. Kommt er da hinten aber nicht an. Das ist kein Baumaterial. Aber ich denke mal so. Wir hätten das lassen können. Oh nein. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Das ist eine gute Frage. Ach, wir haben keine... Jetzt sehe ich auch, was fehlt. Das finde ich gut. So, jetzt haben wir uns erstmal hier so ein kleines Schiffchen gekauft. Das brauchen wir. So, jetzt nehmen wir uns das. Und fahren damit zurück. So, das ist eine gute Idee. Also, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Dass wir hier diese... Dingers kriegen. Diese Hämmerchen. Die sind da. 240 Einwohner brauche ich. Jetzt die Frage, wo kann ich meine Einwohneranzahl sehen? Du kannst hier immer sicher sein, dass du hier ein Einwohneranzahlstück bist. Ah, Gott's creation ist manifest in der Unieke Flora... Ah. Okay. 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 So, irgendwo wurde eben neues Land gesichtet. Hier. Aha. Na ja, gut. So, dann werden wir natürlich erstmal... Das mal schnell zurückscheuchen. Und unser Schiff... ...wieder nach hier drüben fahren. Also, dann nehme ich erstmal so einen Marktplatz. Den baue ich da hin. Ach, da fährt ja noch was. So. 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 Dann bauen wir uns einfach ein... ...da hin. So. 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 Wir haben ja schon ein paar Steinchen. So. 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 Jetzt kommt der definitiv da an und der andere kommt da hinten an. Oh. So. So machen wir das. Und der dann nämlich daran arbeiten. Und da. Und gut ist. So ihr Süßen. So. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen, was ihr rechtsgiądeln könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der Panda Zone beim nächsten Let's Play. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.